hier spricht euer peter gehen in europäischen halbfinale zwischen spanien und deutschland wer kommt ins europäische finale bin ich mal gespannt leute wer holt sich europa meisterschaft im finale zu kommen da bin ich mal sehr gespannt beide teams sind das top team europa spanien deutschland und manchmal bin ich auch gespannt wer noch in europa liga europa mitspielt läuft immer gespannt außer spanien und deutschland bin ich mal gespannt wer noch im halbfinale steht da bin ich mal gespannt jetzt hofft zehnmal vielleicht jetzt acht noch aber heute hoffen wir dass man anstoß kriegt weil ich finde anstoß zu hatte ist immer gut weil dann kann man langsam aufbauen und heute wollen wir ins finale und wir wollen ein finale zur europameisterschaft im final spielen und dann könnte es ein schönes spiel werden wenn es zu gute gegner gibt ich bin mal gespannt wer ins halb halbfinale gekommen ist spanien deutschland ist schon eine mega auswahl und das muss man schon sagen jetzt schauen wir mal vielleicht zeigen die die kuppe die andere halbfinale was morgen gespielt wird und da bin ich mal und es ist frankreich und die niederlande leute was wir ok italien hat nicht gespielt das heißt dann hatten elf meter schieße verloren bis aussieht leute ja wie aussieht in halbfinale im viertelfinale gegen holland im elfmeter schieße verloren bis aussieht leute und die spanien schon mal die wort die zappen alter schweden greifen aber schon gut an alle zwei ab mir rein so gefühlt ich glaube heute wird künstler ein kleines gebundsspiel werde für deutschland könnte ein kleines gebundsspiel werden oder leider zu nicht so weit irgendwann okay ruhig bleiben ruhig sehr ruhig bleiben ach schade es wäre ein guter schuss gewesen okay ruhig bleiben aber man hat mit richtigen kriegt leute hat Oh nein, was ist denn das für ein Pass gewesen? Nein, das ist ein Unterschied. Alter Schwede, du hast Deutschland richtig Pech gehabt. Aber Müller ist da Leute, Thomas Müller macht das 1 zu 0 für Deutschland Leute. Müller ist da Leute, Müller ist frei und macht das 1 zu 0. Alter Müller macht das 1 zu 0, das Tor ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig Leute. Wow, Alter Schwede, das ist ein sehr wichtiges Spiel Leute heute. Mal gucken ob man kann die Deutschen jetzt mit diesem Spielergebnis. Ist jetzt so ein Vorfall, aber die... Ok, die Spanier, die spielen gut mit Leute. Das muss man sagen. Ok, die Spanier wissen, ja. Ruhig bleiben Leute, ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben Leute. Weil die Spanier wissen, sie müssen jetzt kommen. Das Vorteil ist jetzt für uns, dass Spanier jetzt kommen muss. Und wir kennen ja, wir kennen ja viele Spiele Leute. Wir kennen ja viele Spiele hier in der Europameisterschaft, wo wir 1 zu 0 gemacht haben Leute. Und dann über die Zeit, dass die Tore überstanden haben, über die Zeit Leute. Dann haben wir dann das Ergebnis gehalten. Was halt in Spanien vielleicht schwieriger wird. Oh, Abseits war... Mann, es war ein Versuch wert, Leute. Es war ein Versuch wert, Leute. Es hätt funktionieren können. Aber die Spanier wissen natürlich. Es ist erst noch eine halbe Stunde gespielt, Leute. Es ist erst eine halbe Stunde gespielt, Leute. Ah, ja. Gute Spiele, Leute. Das ist wichtig. Wir müssen weiter Druck voll spielen, Leute. Wir müssen weiter Druck voll spielen, Leute. Und 2 zu 0 Toni Kroos macht das 2 zu 0. Durch den Fernschuss durch Toni Kroos, Alter. Das war Alter Toni Kroos, Alter Toni Kroos. 2 zu 0. Es sieht nachher final aus. Aber wir sind noch in der ersten Hälfte. Aber es sieht bis jetzt gut aus. Werner hat bis jetzt noch nicht so getroffen. Sonst war er immer der Torjäger. Aber die Spanier wissen natürlich, dass Werner der Torjäger bei den Deutschen ist. Das werner der Torjäger eigentlich. Das werner der Torjäger eigentlich. Eckball. Eckball Deutschland. Gut lassen. Hätten wir vielleicht mehr draus machen können, Leute. Aber besser als gar nichts, Leute. So, ja, warte mal. Genau in den Raum ist man. In den Raum ist man lang. Dann rast man. Okay, da rast man. Okay, da rast man. Okay, da rast man. Okay, in den Raum rast man. Dann rast man vorher. Abseits. Abseits, Sani. Aber egal, Leute. Wir haben bis jetzt Vorteile. Oh, ja. Okay, zwei Männer sind nicht mehr abseits. Aber es sieht gut aus der Deutschen. 2-0 führen wir durch Müller und Groß. Es sieht nach Sinan aus, Leute. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, Leute, gegen wen wir spielen. Ich bin sehr lustig. Und dann fehlst nur noch die Weltmeisterschaft. Ah, schade. 2-0 für Deutschland. Erste Hälfte rum bei Deutschland und es sind viele ehemalige Bayern-Spieler Tore zu finden, Werner im Turnier an sich, Müller, Groß, alle machen Tore und Bayern weiß natürlich, wir haben eine gute Mannschaft, internationalen Mannschaften, sehr viele Spieler, Müller, Groß, alle Top-Spieler in der Münze, neuer bis jetzt nur ein Gegentor, Ballbesitz ist noch, haben wir immer noch, wir sind knapp hinab, Spargel, aber nicht so viel Rückstand, dass man denkt, okay, aber jetzt, oh, Williams wird wohl dann ausgenommen, okay, das ist aber seltsam, was haben die vor, Leute? Was haben die vor, die Spargel? Was haben die Spargel vor, Leute, dass sie den Williams gegangen sind? Das ist jetzt die große Frage, was haben die vor, Katz, warum, warum sie Williams rausgenommen haben? Das Problem war, Müller hätte anders da in den Raum laufen müssen. Ganz ruhig. Oh, Junge Müller hätte hier das Spiel entscheiden müssen, Leute. Alter, Müller hätte hier dieses Tor machen müssen. Oh, bitte, Upside, oh, ha. Haben bitte zu lange gewartet. Ah, ich finde, die Pettung, man muss zu lange warten, finde ich. Das ist das Problem, man muss zu lange warten. Alter, aber die Spargel machen es richtig, Leute, die Spargel machen es richtig heftig. Werner kommt mit seiner Ding einfach nicht durch, Leute. Wir müssen, wir müssen ja so lange warten, dass es halt durchsteht, weil die Bälle sonst so komisch laufen, diese tödlichen Pässe. Und wenn wir das Finale schaffen, Leute, dann sehen wir uns was Feines an, Leute, die Sache, Leute. Ja. Für das Finale, dann ziehen wir dann ein bisschen fein nach der Klamotte an. Jetzt ziehen wir vielleicht eine andere Hose an oder so. Und vielleicht noch eine... 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 Eine Bluse oder irgendwas oder so. Ja. Zum Finale dann, dass es so billig war. Richtig... Erstmal weg die Pille, Leute, einfach mal erstmal weg die Pille. Okay, Leute, was können wir... Zahn eben ein bisschen nach... Okay, ruhig, weiterspielen. Ruhig. So, mag man mal. Jetzt gibt es ein Freund. Nein, knapp rein. Gut, dann spielen wir nach vorne. Es sieht nach Finale aus, Leute. Und Müller, alter Müller, er ist da, wo er sein muss vorne im Sturm. Erst im Mittelfeld. Und dann geht er rein und macht, das ist gut, man. Oh, Sani. Warte mal. Noch eine gute Viertelstunde auf der Uhr, Leute. Hey, Leute, stark ist es sehr gut. Für stark ist es gar nicht so schlecht, Leute. Vielleicht guckt man mal... Ich guck mal vielleicht, ob man den noch... Nein, aber wir haben eigentlich irgendwas. Wir haben ja eigentlich schon Innenverteidiger eigentlich zu gute. Defensive haben wir ja auch noch gute. Das ist halt überlegen. Weil schlecht... Schlecht ist da echt nicht so stark, finde ich. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Achtung. Alter, das war der Kackfehler, Leute. Das waren Kackfehler. Und da waren halt keiner hinten. Alter, jetzt wird es ein bisschen... Und da haben wir ja auch mal. Jetzt müssen wir die letzten 10 Minuten noch ein wenig loslassen. Schüller kommt raus. Oha, zeng. Die gute Masche. Die Gude. Noch neun Minuten auf der Uhr. Wenn Müller das Tor gemacht, das 3-0 gemacht hätte eigentlich, dann... Der stark ist gar nicht. Oh, dann überlege ich mal, wie wir sind stark und da ist auf der Position... Ah, wir hätten aber dann... Oh Gott, oh Gott, wieder die zweite Mega-Chance für Deutschland. Die Top... Da spielst du nie Zeitig zu entscheiden, Leute. Alter, 2-2, Alter, ich krieg die Krise, Leute. 2-2, Alter. Wir hätten... Oh, Mann, 2-2, Leute, oh, Mann, um die... Alter... Alter, die Nummer 3 kam nicht rechtzeitig ran, Alter. Kehre... Alter... ... Oh, Mann, das war... Okay, Leute, jetzt wird's nochmal... Jetzt könnte es eine Verlängerung gehen. Oh, Mann, hoffen wir nicht. Oh, Junge, das ist so bitter, Alter. Boah, Werner, jetzt gibt Gas, Werner, komm, gib Gas. Boah, Leute, Werner macht das 3-2. 2-2... Oh... Alter, Mann, Alter. Leute, Werner war eigentlich im ganzen Spiel nicht zu... Äh, er wurde immer aufgehalten und jetzt... In der Nachspielzeit hat Werner, war Werner da, hat gepackt und macht das 3 zu 2, das Tor ins Finale, Werner, alter, das ist wirklich nur, Werner macht, rettet uns, rettet uns nicht in die Verlängerung zu kommen, ach alter, man, heftig, alter, heftig, heftig, alter, heftig, alter, heftig, alter. Und jetzt dürfen wir mal kein Gegentor kassieren mehr in den nächsten, es wird gleich abgefüßt, es wird gleich abgefüßt, und Deutschland ist in europä, in europa, in der, wir sind, wir können um den europäischen Champions Pokalspiele, Leute, alter, das heißt, wir haben die Chance, Europameister mit diesem Team zu werden, alter, Werner hat vier, vier Mann, Mal versiegt, aber nicht gebrochen, und dann, die letzte Chance, die es funktioniert, hat Werner genutzt, und somit das Tor zum Finale geholt. Und jetzt bin ich mal gespannt, gegen wen müssen wir im Finale spielen, oh, ich hab's echt nicht gedacht, dass wir das Finale noch erreichen, weil Spanien war am Ende sehr gut, Aber wir haben ein Finale, und so mit zehnmal im Finale, und das ist wichtig. Jetzt spielen wir mal gegen Frankreich, oder gegen Niederlande, bin ich mal gespannt, aber Niederlande wäre heftig, wenn das wäre, aber wir schauen einfach mal. Tun wir da Vorspulen, wie immer. Dachte, Ladebildschirm, Leute, ja, bin ich mal gespannt, gegen wen wir im Finale spielen, gegen beide wird's ein schweres Spiel. Okay, in Frankreich, okay, das ist, oh, Leihangebot für ARP, okay, können wir eigentlich annehmen, Leute, für ein Jahr, dann kann er noch sich ein bisschen, also lernt er noch ein bisschen, und dann geht's, ach, gut. So, gegen wen müssen wir jetzt spielen, gegen wen spielen wir jetzt? Okay, okay, aber, okay, aber, da ist, uh, 73, 9,1, okay, nun, wäre eine Möglichkeit, Ladebildschirm, in Ordnung. So, Leute, aber, gegen wen spielen wir? Wir spielen gegen Niederlande. Aber gegen Niederlande werden wir erst beim nächsten Mal spielen, somit sagt, euer Peter Gaming, tschüss, bis dann, und PG, bis dann.